Cool, jetzt haben wir erst wieder so eine Rekrutierung. Was ist das hier? Neue Mission. Rekrutierungsgeschichte. Wollen wir das mal mit Luke machen? Ja, da haben wir unseren Bauarbeit. Ach nee, der ist ja im Gefängnis. Dann machen wir dann mit der Omi die andere Mission. Also irgendwie finde ich, so von der Seite sieht der irgendwie aus wie dieser Teddy, dieser Komiker. Okay, runterladen heißt ja eigentlich, dass man das meistens übers Hacken machen kann. Ähm, wir gucken mal, ob wir uns hier reinhacken können, die Überwachungskameras. Der Clark Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Anscheinend hat er auch einen Laptop dabei. Vermutlich ist da irgendwo ein Ordner drauf, der Verbrechen heißt. Da ist der Laptop. Gebt nächstes Mal einfach die Rekrutierung. Was, fertig? Fertig. Ach, schade. Okay, okay, entspring nicht. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ähm. Huh, der ist gerade geportet. Oh. Das hier ist ja richtig, ähm. Ein bisschen schon, ja. Also, ich denke das jedes Mal, wenn ich den sehe. Was macht der Arzt? Der ist, guck mal, der ist sogar... Warum schweben hier Scheinwerfer? Okay, ich glaube, wir müssen hier irgendwie hoch. Ähm. Sneaky wäre ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Chat. Sneaky. Die Nachrichtendrohne nutzen wir nix. Ist hier irgendwie noch eine andere Drohne? Aber wie komme ich da rein? Der Doktor hat bestimmt... Ah. Was ist hier? Was soll das denn? Oh, Scheisse. Ist das, ähm... Ich bin nur sechs. Mega geschaut. Glaublich. Achten Sie daher stets auf. Was ist denn? Jemand sollte etwas tun. Aber ich habe das. I'm free. Um... ...hier hoch? Oh, das war so nicht geplant! Ich wollte ihn ablenken! Nein! Nein, stopp, stopp, stopp! Stopp, 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 stopp! Das ist nicht so! Nein, 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 nein! Nein! Warum hat er eine Schrotflinte? Moment! Warum? Kann ich die Waffen irgendwie... Ach nee, warte, ich hab hier X. Was ist jetzt? Lade nach! Ich muss mich zurückziehen! Da haut jemand ab! Hier ist niemand! Geh in Deckung! Wir sind aufgeflogen! Hey! Komm zurück! Ich hab weiter bekommen! Komm zu sehen, du meinst eine Spinne! Eine Explodierende Spinne! Warte! Ah! Nicht von allen Seiten! Ich find das gemein! Ja, schießt euch gegenseitig ab! Das find ich okay! Aber nicht alle auf mich! Das will niemand wissen! Okay! Ich glaub, wir haben die Situation so langsam unter Kontrolle! Was schießen die? Scheiße! Ich hab keine Deckung! Okay, schießt du dorthin! Wo auch immer du hinschießt! Äh... Wieso lebt der noch? Das ist ein neuer! Ja! Auf was schießen die? Und was macht der hier? Bist du selber schon gegen wen kämpfen die? Äh... Da unten ist noch einer... Okay... Da unten rennt jemand! Ganz panisch! Würde ich auch... Schießen! Laptop abgegriffen! Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere! Wo kommt sie plötzlich her? Es ist alles seltsam! Hier sind immer noch Agro auf den Lkw! Ich hab das Mob-Lager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden! Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst! Easy! Wieder das Sperrgebiet! Ob die... Wenn wir später nochmal wiederkommen... Ob die dann hier immer noch... Schießen? Schießen? Wie war das Sperrisch? Ja. Ich bin sicher... Nein, danke! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja. City-Center, hier Linie City-Center, falls jemand in die Stadtmitte möchte, kann hier mit dem Bus fahren. Ja, also die haben auf jeden Fall richtig gut, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Ich habe in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens zwei Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Verstanden. Wir gehen mal hier rein. Oh, tausend Geld. Äh... Wo ist der hingesprungen? Ich glaube, die haben hier ganz andere Probleme in London, Julia. Ähm... Fertig. Was jetzt? Wie was jetzt? Wie komme ich da hoch? Oh... Haben wir hier ein paar Fallen? Ne, ne? Da. Oh, Frachtdrohne. Okay, das bringen mir gerade noch nichts mit der Spinne. Eigentlich muss ich doch nur da runter. Ich muss mal kurz die Lage auschecken. Aber wir sollten mit dem Auto halt bestenfalls nicht crashen, ne? Da oben hat es einen entschärft. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Ja. Wir müssen erst das Tor aufmachen. Das heißt, ich muss dort hoch. Ja, ich muss dort hoch. Ich muss da den Strom einschalten. Okay, wir schießen. Ich komme gerade zurück. Das ist doof. Die sind anscheinend nicht böse, oder? Ja? Ich komme... Ich komme... Ey, wir sind durch die ersten Missionen sind wir so gut durchgekommen. Und in letzter Zeit sterben wir einfach immer. Ich will die totale Kontrolle, ich will die Weltherrschaft. Aber wieso willst du das? Was hat dich angetrieben? Alles fing an mit diesem Fallsparker. Ungefähr so lief das. What the fuck? Steh einfach. Wieso steh ich eigentlich jetzt hier auf der anderen Seite? Ah ne, ich bin wieder hier. So, leben die jetzt wieder alle? Ne, ne? Ich habe ja nur den Agenten gewechselt. Sollen wir hier eine Drohne? Ne. Äh, wo genau ist jetzt nochmal dieser Stromding? Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Ja, ich brauche nochmal bitte kurz Hilfe, wo... Wo der Stromkasten ist. Da oben. Da. Ne, das ist für hier. Okay, erst müssen wir da hinten. Dann kommen wir hier rein. Okay. Ich gehe übrigens zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Das ist also nicht unwahrscheinlich, dass ich mich so dermaßen über Autos aufrege, dass ich irgendwann die Weltherrschaft übernehmen möchte. Ja, Autos. Wir brauchen schon Autos. Mein Okay hast du, Julia. Ich habe auch kein Auto. Moment, was mache ich jetzt hier drin? Ging es ja eigentlich nur um das... Hä? Ich brauche doch aber noch den Strom für das Tor. Da. Ne. Ich komme vom Dorf. Ich brauche ein Auto. Ja, ich komme auch aus einer kleinen Stadt. Hier ist es jetzt auch nicht so... ...so easy alles mit den Öffis zu erreichen. Aber ist der böse? Nee, oder? Ist der böse? Nee. Es ist Sanitäter. Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unsere Freundin die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten. Jetzt fahre ich wieder dort vorbei. Ich habe sie abgehangen. Fällt doch gar nicht auf, dass ich jetzt hier wieder vorbeifahre. Aus dem Weg. Ich habe dringende eilige Medikamente. Wer ist denn hier? Bitte? Ich habe mich verklickt. Ich habe rechte Maustaste gedrückt. Oh Gott, bin ich... Ich bin so blöd, ey. Das hast du spektakulär vermasselt. Operation Fehlgeschlagen. Oh. Ich habe einfach rechte Maustaste gedrückt und geschossen. Es läuft einfach nicht mehr mit diesem Spiel. Relativ. Die Zielperson ist weg. Erbitten Fahndungsbefehl. Es lief einfach die ersten Missionen viel zu gut. Das war mein Mittelfinger. Das war mein Mittelfinger, der auf die rechte Maustaste geklickt hat. Ja, das Spiel ist schuld. Das Spiel sorgt dafür, dass ich nicht mehr... Ich kann keine Computerspiele mehr. Chat, wir kümmern uns drum. Der Netzwerk-Traffic zeigt, dass sich der private Schlüssel auf einem mobilen Server befindet. Wahrscheinlich ein Van in einem ihrer Verstecke. Machen wir das jetzt mit ihr. Bestimmt läuft das jetzt besser. Das Pfund ist am Arsch, oder? Ja, was gibt's, Bags? Du wirst gebraucht. Hättest du... Musst gar nicht mehr sagen. Wir versuchen es zumindest. Ja. Hier steht auch ein Auto. Das da ist das Fahrzeug. Wollt's die Finger, damit es vielleicht Glück bringt? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Hat jemand reingekommen? Ich hätte es für ein Pferd gehalten. Was ist jetzt hier explodiert? Ich war es nicht. Ach so, das... Wenn die da nicht wäre, am Auto... Ich weiß aber nicht, wie ich sonst hier reinkomme, um die abzuballern. Ich würde die abballern. Würde ich. Würde ich. Wirklich. Ich habe mich kein Problem mit. Ich baller die ab. Die Parkfresse ist weg. Wir rechts mitsuchen. Ja, geht lieber. Alle weg vom Auto. Wo da könnte man rein? Der anderen Seite. Ich muss eben nicht mehr zu. Hab den Krypto-Schlüssel und mach jetzt eine Spritztour wie eine richtige Dieben. Bexie, organisier uns einen Übergabeort. Der Hacker soll dort hinkommen. Verstanden. Ich übertrage den Standort. Also das war jetzt ein bisschen zu einfach. Da kommt doch noch was, oder? Oder haben die mir jetzt eine extra leichte Mission gegeben, weil sie gesehen haben, das andere habe ich nicht hinbekommen. Die hat die Hackfresse genannt. Ja. Die sind immer so böse hier. Die haben mich noch nie gesehen und nennen mich Hackfresse. Das wissen die überhaupt nicht, ob ich so aussehe. Ja, und warum sind nur dumme Leute dumm, Teron? Weißt du, wenn du dumm bist, hast du halt das Glück, dass du nicht weißt, dass du dumm bist. Und du somit nicht weißt, dass du alle anderen Menschen in deiner Umgebung einfach nur zu Tode nervst mit deiner Dummheit. Aber das weißt du halt nicht, weil du dumm bist. Nix war das. Wie weit muss ich denn noch fahren? Manchmal fliegen hier immer Personen durchs Bild. Das ist mir immer schon aufgefallen bei diesem Spiel. Fliegen teilweise random Personen durchs Bild. Da streng ich mich das so an. Ich klammer gerade alle Menschen, die in meinem Stream sind, aus. Dumme Menschen finden meinen Stream nicht. Weil um meinen Stream zu finden, muss man wissen, wo man sucht. Das kann nicht jeder. Warum hauen die denn immer alle ab, wenn ich ganz normal auf der Straße fahre? Habe ich so einen ungünstigen Fahrstil? Oder was ist das Problem? Was ist los, Mann? Du solltest hier sein, um das scheiß Konto zu leeren. Ich gehe clever vor. Ich bin mit der Leer und besorge den Schlüssel über WLAN. So bin ich versteckt und werde nicht von den Clan Kelly-Schlägern gesehen. Ich bitte dich, das wird nicht passieren. Wir sind wieder weg, bevor... Oh doch, da sind sie. Clan Kelly im Anmarsch. Fuck, ey. Ich halte sie auf und du schnappst dir die Knöte. Schon dabei. Ich halte sie auf und du schnappst dir die Knöte.